Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über Eigenverantwortlichkeit, Eigenverantwortung, menschliche Eigenverantwortung und dass sie in zwei Formen existiert, wovon die eine tatsächlich die deutlich wichtigere ist und gleichzeitig die ist, die unsere Gesellschaft tatsächlich kollektiv verdrängt und zwar die ganze Zeit über, weswegen wir eben auch in einer aus meiner Sicht vollkommen verrückten, pathologischen Gesellschaft leben, weil das einfach nicht realistisch ist, also das Mindset, das wir haben. Und es ist auch nicht sonderlich abgefahrenes Zeug, es ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, was es umso schlimmer macht, dass wir das einfach ausblenden und dann uns wundern, warum wir so große Probleme haben miteinander, mit uns selber, mit der Welt und so weiter. Es ist relativ leicht erklärbar und der Punkt ist einfach der, in großen Gesellschaften, wie wir sie jetzt schon nicht seit gestern bilden, also seit längerer Zeit mit einfach sehr vielen Menschen gleichzeitig, ist es so, dass die kollektive Eigenverantwortung, die Eigenverantwortung für die Form der Gesellschaft ist, die Form. Das heißt, ganz banal, das sind die Prozesse, die Regeln, die Gesetze, innerhalb derer wir dann unsere Entscheidungen treffen als Einzelne. Das heißt, wir geben uns selber einen Rahmen, in dem wir dann danach agieren. Und kollektive Verantwortung, im Gegensatz zu eben individueller Verantwortung, ist eben die gemeinsame Verantwortung für diese Struktur. Und wenn man das also mal klar hat, dann ergibt sich daraus ein relativ politisches Mindset, also auch eine Klarheit darüber, dass wir eigentlich beständig an den Formen, in denen wir uns danach bewegen, im Einzelnen, im Individuellen, im Privaten beständig gemeinsam arbeiten müssen. Das ist eine eigene Form von Arbeit, man könnte es nennen die politische Arbeit, aber das ist eben eine Arbeit, die wir gemeinsam leisten müssen und die wir nicht abdelegieren können an einige wenige. Alle Formen, die das versuchen, also zum Beispiel unser derzeitiges politisches System versucht das über Wahlen, dann haben eben die Berufspolitiker die Arschkarte und sollen das System fixen, was sie nicht können. Einfach strukturell ist das nicht drin und zwar eben unabhängig davon, wen wir wählen. Oder eben auch in unseren Wirtschaftsformen ist es so, wir geben das halt ab ans Management. Und das Management soll dann die Strukturen verantworten. Und das sind einfach Formen, die funktionieren nicht, werden auch nie funktionieren, haben auch noch nie funktioniert. Wir verschließen aber davor die Augen. Das sind Strukturen, die alle, die daran beteiligt sind, beständig überfordern, weswegen dann eben auch die Stimmung in solchen Strukturen so schlecht ist, die Schuldzuweisungen so groß sind und eben auch die kollektive Selbstausbeutung in diesen Strukturen wirklich gewaltig ist. Und zwar auf unterschiedliche Weise zwar auf den verschiedenen Ebenen, aber sie ist überall anzutreffen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Menschen, die versuchen innerhalb kranker Strukturen, die deswegen krank sind, weil wir sie nicht anpassen an uns, an unsere Bedarfe, die in diesen kranken Strukturen versuchen zu agieren und es versuchen im Modus des Heroischen zu fixen. Das heißt, wenn wir in einer Welt leben, die nur individuelle Eigenverantwortung kennt, aber nicht kollektive Eigenverantwortung, also die sozusagen das Private kennt, aber das Politische nicht, dann ist es eben so, dass der Modus des Heroischen der Normalmodus ist. Also sozusagen Einzelne versuchen, das System zu fixen an verschiedenen Stellen und gehen natürlich in die Überverausgabung. Also man darf sich über die Anzahl der heute psychisch kranken, der physisch kranken Menschen und auch der Leute, die also in beständiger Selbstüberforderung agieren, also die sozusagen immer an irgendeiner Stelle auf dem Weg zum Burnout sind. Die Frage ist immer, wie nah sind sie halt wirklich jetzt gerade dran? Also sozusagen ist es nicht eine Frage, ob sie einen Burnout bekommen, sondern nur wann und in welcher Form er sich äußert. Aber dass sie ihn bekommen, ist sicher. Das ist sozusagen eine Struktur, die dann ganz allgemein wird und die also nicht das Problem eines einzelnen Menschen ist, sondern es ist eine kollektive Überforderungsstruktur, die aber deswegen eine solche ist, weil wir eben gerade die kollektive Eigenverantwortung nicht übernehmen. Also wir haben da eine offene Flanke in unserer Gesellschaft, die man so ausdrücken kann, wir bilden nahezu vollkommen unpolitische Gesellschaften, die diesen Modus operandi der kollektiven Eigenverantwortung, des beständigen gemeinsamen Drüberschauens über die Strukturen, des beständigen Arbeiten, gemeinsamen Arbeiten an Strukturen einfach nicht kennt. Und weil wir das nicht kennen, haben wir dann nur noch individuelle, private Eigenverantwortung. Und das ist etwas, wo wir in diesen Strukturen, mit diesen Interdependenzen, mit diesen Wechselwirkungen, mit diesen emergenten Strukturen, die wir gemeinsam freisetzen, mit diesen Dynamiken, die wir gemeinsam freisetzen, einfach uns nur überfordern kann. Wir haben dann lauter Helden des Alltags, die aber alle draufgehen. Das ist ja das Typische für den Helden, dass er im Modus der Selbstaufopferung ist. Wir sind heute eine Gesellschaft, in der, obwohl das so nicht so gesehen wird, eigentlich alle Menschen beständig im Modus der Selbstaufopferung sind. Was es dann so lächerlich macht, dass wir eben nach Helden Ausschau halten oder selber versuchen, solche Helden zu sein. Im Grunde sind alle Menschen heute heroisch, aber das ist nichts Gutes. Das heroische Leben ist etwas für die Leinwand, ist etwas fürs Theater, ist etwas für Romane und Serien, aber ist nichts fürs wirkliche Leben. Das ist ein beschissenes Leben. Ein Heldenleben ist ein beschissenes Leben. Das ist im Grunde klar. Wenn wir kein heroisches, sondern ein menschliches Leben haben wollen, dann werden wir kollektive Eigenverantwortung übernehmen müssen und das tun wir nicht. Wir sind also eine tatsächlich verantwortungslose Gesellschaft, wo das, was zu tun wäre, diese beständige Drüberschauer über unsere Prozesse, über unsere Verfahren, über unsere Regeln und Gesetze, auch über unsere Verfassungen, wo diese Arbeit nicht getan wird, stattdessen delegiert man es an Menschen, die das dann spielen müssen, dass sie es tun, in einer schauspielerischen Leistung, wo sie das aber dann tatsächlich gar nicht tun. Also wenn man sich anschaut, was in vielen Unternehmen und Wirtschaftsstrukturen läuft, das ist ja schier unglaublich. Worin dann investiert wird, ist die Bagatellisierung der Probleme. Die ganze Zeit wird bagatellisiert, was für Probleme da sind. Ich war jetzt in so vielen solchen Strukturen, ich kann sagen, egal, wohin man geht, es ist im Grunde überall gleich, so ein bisschen die Geschmacksrichtung von pathologisch, die Geschmacksrichtung von verrückt ändert sich, die konkrete Ausformung, aber es ist überall ähnlich verrückt und ich habe wirklich unendlich viele solche Strukturen schon gesehen, sowohl als Mitarbeitender als auch in beratender Funktion. In beiden Rollen war ich, und ich kann nur sagen, egal, wo man heute hingeht, die Welt ist komplett pathologisch. Natürlich kann man sagen, ja okay, wenn du überall hingehst und überall ist pathologisch, dann bist du wahrscheinlich verrückt. Ja, kann sein. So bin ich erst mal gestartet, ehrlich gesagt, ins Leben. Ich dachte, mit mir stimmt was nicht. Nach und nach hat sich das aber gedreht, wo ich dann gesagt hätte, ja okay, ich bin bereit, an mir zu arbeiten, ich bin bereit, mich anzupassen, ich bin bereit, mich zu hinterfragen. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Und irgendwann ist das dann gekippt und ich habe realisiert, möglicherweise bin doch ich nicht so verrückt, wie ich ursprünglich dachte, sondern tatsächlich, wir leben in einer kollektiv verrückten Welt. Das ist meines Erachtens der Fall und das ist also mittlerweile mein Standpunkt. Das ist aber etwas, wo wir nur gemeinsam rauskommen. Das ist nichts, wo du jetzt individuell erkennst, dass es irgendwie so ist und dann ziehst du irgendwelche Schlüsse draus und dann wird es irgendwie besser. Natürlich nicht. Wir müssen halt politisierte Gesellschaften schaffen. Das ist das, was heute dran ist. Also Gesellschaften, in denen diese Art von Arbeit, die gemeinsame Arbeit an der Struktur einfach ganz normal ist und dazugehört, das ist dann auch nichts Spektakuläres. Das ist also einfach ein Zeit-Invest für alle. Das ist etwas, wo man Zeit auch frei halten muss, reservieren muss. Und zwar das wichtige Entscheidende ist, dass bei dieser Arbeit alle gleich stark beteiligt sein müssen, dass alle gleichwertig sein müssen. Das ist das Geheimnis hinter der altgriechischen Formel in Richtung eben bürgerliche Freiheit und Gleichheit. Da geht es um Gleichwertigkeit aller, um gleiche Beteiligung, gleiche Verantwortung für das Gemeinsame. Nicht, dass eben manche mehr verantwortlich sind und manche weniger. Dann kriegst du Management. Muss ich wirklich noch mehr über Management sagen? Ja, also es gibt ja ganze Schulen über Management. Ja, es gibt also sozusagen, und sie haben alle den gleichen Bias. Der Bias ist, ein paar wenige sollen es für alle richtig machen. Wie soll denn das gehen in der heutigen komplexen Welt? Also ich sage mal so, wie sehr kann man die Komplexität der heutigen Welt unterschätzen und wie sehr kann man die kognitiven Fähigkeiten von Menschen überschätzen? Ich habe einen gemessenen IQ von, als er letztes Mal gemessen wurde, war er bei 139. Ja, so kann auch mittlerweile schlechter geworden sein. Ich halte das nicht für stabil. Ich glaube, dass man auch IQ-Tests faken kann, dass man die auch üben kann und dann schneidet man halt besser ab, wenn man halt viele davon macht. Aber sozusagen, ich bin da nicht ganz schlecht aufgestellt in dieser Hinsicht. Offenbar. Ja, und trotzdem würde ich sagen, also sozusagen würde man mir jetzt die Verantwortung auch für eine sehr, sehr kleine Struktur geben. Also eine sehr, sehr kleine soziale Struktur. Ich wäre komplett überfordert. Der einzige Unterschied zwischen mir und anderen Leuten ist, dass ich mir das eingestehe, dass das eine Überforderung ist. Andere Leute versuchen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was du als Einzelner nicht verantworten kannst. Ich habe mal gehört, keine Ahnung, ob es stimmt, du kannst zum Beispiel ein Team führen von bis zu sieben Personen. Danach beginnt Management. Also Führung, dass du nah an den Menschen dran bist, dass du doch mitkriegst, was ist da los? Bei der Komplexität, die jeder einzelne Mensch mitbringt, was der in seinem privaten Alltag die ganze Zeit erlebt, kannst du maximal sieben Menschen. Und danach geht es los mit Management, mit Verwalten von Menschen. Und bei Management und Verwaltung von Menschen ist es so, dass der menschliche Faktor, also den Faktor, um den es eigentlich geht, immer stört. Für Manager sind Menschen Störfaktoren. Und das ist nicht die Schuld von den Menschen, die Manager sind. Das ist die Schuld der Strukturmanagement. Also du kannst nicht ein guter Manager werden. Da sind wir wieder bei, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Nein, Management ist eine kranke Struktur an sich, unabhängig von der Geschmacksrichtung von Management. Deswegen kann man auch alle Management-Schulen einstampfen. Jede fucking Business School ist eine pathologische Struktur, weil sie versucht, was zu fixen auf einer Ebene, wo es nicht zu fixen ist. Die Ebene, auf die wir gemeinsam wechseln müssten, wäre die Ebene der Politik. Und das ist was anderes. Politik ist letztlich die Antithese zu Herrschaft, die Antithese zu Top-Down-Strukturen, die Antithese zu Regierung, die Antithese zu Management und Verwaltung und all dem Scheiß. Ja, das ist alles Mist. Die ganze Moderne ist, Entschuldigung, struktureller Mist bisher. Und das tut mir deswegen weh, weil ich diese großen Strukturen an sich mag. Ich halte diese heutige Welt, die wir gemeinsam hervorbringen, für eine kollektive Leistung. Mit ihrer Vielfalt, mit diesen sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, die sehr, sehr unterschiedliche Leben leben. Ich finde das geil und gut, nur braucht es halt ganz andere Strukturen, politische Strukturen, damit das funktioniert und nicht eine Qual für alle wird. Derzeit ist unsere Gesellschaft eine Qual für alle. Du kannst dir so ein bisschen, bisschen die Art der Qual aussuchen. Also im Grunde wirst du in die Form der Qual hineingeboren, über die Zufälle der Geburt. Zufälligkeiten bestimmen unser Leben. Du wirst an eine bestimmte Stelle des Lebens geboren, mit bestimmten Präferenzen geboren. Da ist wirklich viel Genetik mit dabei, muss man anerkennen, ist nicht schön, aber ist halt ein Teil auch unseres Lebens. Und dann wirst du in eine bestimmte Familie geboren, mit bestimmten Prägungen an einer bestimmten Stelle der Erde. Und das bestimmt dann, auf welche Weise du an diesen insgesamt kranken Strukturen leidest. Also in welcher Form. Aber leiden tun heute alle Menschen, weil die Gesellschaft, in der wir gemeinsam uns bewegen, die wir gemeinsam bilden, eine kranke Struktur ist. Und eine gesunde Struktur kann sie eigentlich nur durch Politisierung, nur durch Politik werden. Und Politik bedeutet halt, gemeinsames, beständiges Arbeiten an den Strukturen, in denen wir uns danach privat bewegen. Diese Arbeit machen wir nicht und wundern uns dann, warum das Leben so anstrengend ist. Und warum es so viel Missgunst gibt, warum es so viel Schuldzuweisungen gibt, warum es so viel Frustration und Angepisstheit gibt, wundern wir uns, nachdem wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Ja, also liebe Leute, da kann man fragen, also wie verrückt geht es noch? Wie viel verrückter wollen wir es noch machen? Also es gibt einen Ausweg aus dem Dilemma, an dem wir gemeinsam stecken. Und das besteht eben darin, dass wir eben anfangen zu arbeiten. Aber eben nicht auf der individuellen, privaten Ebene, sondern auf der Kollektivebene. Und das bedeutet, wir nehmen uns selbst in Verantwortung für die gemeinsamen Strukturen. Und das bedeutet halt eine politisierte Gesellschaft. Das heißt, es gibt einen Teil unserer Tageswachzeit, da machen wir politische Arbeit, und zwar alle. Und dafür gibt es mittlerweile Formen, die gut funktionieren. Also wo du dich nicht zerstreitest, wenn so viele Menschen beteiligt sind, sondern wo gerade diese Vielfalt der Menschen, und dass so viele Menschen beteiligt sind, den Prozess bereichert. Wo es eben so ist, wir sind an verschiedenen Stellen im System, über die Zufälle der Geburt, und deswegen haben wir verschiedene Einsichten, deswegen haben wir verschiedenes Wissen, deswegen können einige von uns Probleme, die später alle betreffen werden, früher erkennen, weil sie halt damit jetzt schon zu tun haben, an der zufälligen Stelle im System, wo sie gerade sind. Und dieses unterschiedliche Wissen fließt freundlich und respektvoll zusammen. Das ist möglich in der Politik, aber das machen wir nicht. Und dafür stehen halt sehr stark heute geloste Bürgerräte, so wie sie mittlerweile entwickelt sind. Also das ist eine Form, die ist wieder neu erfunden worden in den 70er Jahren, wurde seitdem beständig weiterentwickelt, von Leuten, die sich halt damit befasst haben, und die das ausprobiert haben, und dann ihre Schlüsse gezogen haben. Also die im Grunde diese politische Arbeit, die Institutionen, Formungsarbeit, bereits ein Stück weit gemacht haben, die aber wir gemeinsam halt weiterführen müssen. Diese Formen stehen mittlerweile auf schon einem relativ hohen Niveau zur Verfügung, und zeigen, dass das geht. Du kannst wahnsinnig, wahnsinnig unterschiedliche Menschen an solchen, wie soll man sagen, verantwortungs-, kollektiven Verantwortungsprozessen, politischen Prozessen beteiligen, und da geht nichts schief. Es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig verblöden oder zerstreiten, oder dass es schlimm ist, wenn bestimmte Menschen da beteiligt sind, weil sie irgendwie bestimmte Prägungen haben oder so. Das ist kein Problem, sondern das ist eine Bereicherung. In der Politik brauchen wir wirklich alle, weil die Leute unterschiedliches Wissen haben. Die Leute stehen an verschiedenen Stellen im System und haben Einblicke. Ich meine, in jedem kleinen Team merkt man das. Der eine arbeitet an dem, der andere mit dem. Der andere weiß was, was ich nicht wissen kann, weil er halt mit anderen Dingen befasst ist. So ist es aber auch in der Gesellschaft insgesamt. Wir machen aber eine Form von Gesellschaftsverwaltung, wo ein paar wenige es dann für alle wissen sollen. In dieser Größe, wie verrückt geht es? Also wirklich, wie verrückt kann man sein, die Verantwortung für die Gesellschaft, ein paar wenigen Hanseln zu geben, die mit tausend Dingen nicht in Kontakt sein können, weil die Welt halt heute so groß ist, weil die Gesellschaft so groß und differenziert ist, in der wir halt gemeinsam leben. Die Gesellschaft, die wir gemeinsam bilden, über unsere Anzahl. Und stattdessen machen wir einen Heroismus. Heroisch sollen bestimmte Leute wissen, was das Richtige für alle ist und sollen dann Strukturen schaffen, mit denen alle einigermaßen zufrieden sind und wo wir uns nicht gegenseitig an die Gurke gehen. Das wird nie passieren, weil es nicht möglich ist. Und insofern kann man wirklich immer nur wieder sagen, die Erfindung des Politischen, die es bei den alten Griechen gab, ist wahrscheinlich die in sich logischste und wahrscheinlich größte Erfindung, die die Menschheit je gemacht hat. Zumindest bislang in den Strukturen, die wir bisher bilden. Und doch fehlt es in der Neuzeit so schmerzhaft. Die Neuzeit hat nie begriffen, was Politik ist. Sie hat nicht mal ansatzweise politische Institutionen geschaffen. Was sie stattdessen geschafft hat, ist eine Kultur des Privatismus, eine Kultur des Heroismus, wo Einzelne mit gutem Beispiel vorangehen wollen, mit heroischem Modus, mit Märtyrer-Modus versuchen, irgendwie die Dinge zu fixen. Und das wieder und wieder und wieder und wir lernen nichts daraus. Also, wie man hört, bin ich ziemlich angepisst mittlerweile. Ich bin angepisst über unser Nicht-weiter-esich-weiter-entwickeln, über unsere Dummheit, dass wir also unserem eigenen Schmerz nichts lernen. Weil die Leute haben Schmerzen. Uns geht es nicht gut. Ja, also zeig mir einen Menschen, dem es heute richtig gut geht. Dann zeige ich dir nämlich einen Menschen mit tausend blinden Flecken, wo er nicht hinschauen will und was er nicht sehen will und was er verdrängen muss, um weiter zu funktionieren. Also im Grunde sind wir alle im Überlebensmodus. Wir versuchen halt zu funktionieren. Das ist aber kein gutes Leben. Ja, dieses ich versuche zu funktionieren und dabei verdränge ich ganz, ganz viel, weil sonst würde ich verrückt werden. Das ist der Modus, in dem wir alle heute sind. Und wie gesagt, wir kommen da raus. Es gibt einen Ausweg, aber der Ausweg besteht halt, dass wir unsere fucking Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben machen wir nicht. Und das Ausmaß, in dem wir sie nicht machen, das ist das Erschreckende. Das ist nicht, da geht es nicht um eine Kleinigkeit, da geht es nicht um ein bisschen mehr von X oder von Y. Da geht es tatsächlich um einen fundamentalen Wandel. Der ist möglich, verträglich, der ist sozusagen, er ist durch Reformen möglich, er ist organisch möglich, ohne große, aber es ist trotzdem ein drastischer Wandel. Eine Gesellschaft, man muss sich mal vorstellen, eine Firma, es gibt ja Firmen, die versuchen das, die wirklich jedes Mitglied der Firma, da reden wir nur über Firmen, da reden wir noch nicht über die Gesellschaft, das ist eine ganz andere Hausmarke. Also reden wir über eine Firma von 20 Personen, wo alle für die Formen, in denen gearbeitet wird, Verantwortung übernehmen und wo sich regelmäßig hingesetzt wird, natürlich in geeigneter Form, aber nicht manche das für andere machen, also wo die Belegschaft sich nicht aufgespalten wird in Manager einerseits und Mitarbeiter andererseits und da reden wir jetzt über eine 20-Personen-Firma gerade, sondern setzen sich aus diesen 20 regelmäßig immer wieder andere hin und schauen sich die Prozesse an, in denen diese 20 Menschen gemeinsam zusammenzuarbeiten versuchen und machen sie wieder und wieder, es ist ein ongoing process, ein niemals endender Prozess, weil natürlich sich die Dinge beständig ändern, ja, wir leben in einer dynamischen, veränderlichen Welt und das werden wir immer tun, deswegen müssen sich auch unsere Formen, in denen wir uns bewegen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammenleben, beständig verändern und dann ist nur die Frage, wer macht denn diese Änderungsarbeit, machen das einige wenige für andere, da sind wir in der Form Berufspolitikertum, da sind wir in der Form Management, da sind wir in der Form Verwaltung oder ist das eine Kollektivaufgabe und wenn es eine Kollektivaufgabe ist, dann sind wir im Modus Politik und Demokratie unterwegs, ja, entweder Politik und Demokratie oder Management und Berufspolitikertum, das, was wir momentan versuchen, ist zu 100% Management und Berufspolitikertum und wir sehen die Ergebnisse, wir spüren, wie es uns geht, wir sehen die Resultate, aber wir lernen nichts. Es ist so, als würden wir die ganze Zeit, als wären so verrückte Wissenschaftler, die die ganze Zeit das gleiche Experiment machen und die Ergebnisse komplett ignorieren, unsere eigenen Experimente, mit uns selber, ja, im Selbstversuch sind wir hier unterwegs, wir experimentieren mit uns selber, wir leiden und dann ziehen wir keine Schlüsse, sondern versuchen mehr vom selben zu machen, immer noch weiter und weiter und weiter und das andere, was wir auch tun könnten, was wir mal zumindest ausprobieren könnten, Kollektivverantwortung zu prozessieren, also sozusagen performativ zu machen, zu einem beständigen Prozess zu machen, versuchen wir es gar nicht. Stattdessen haben wir tausend Geschichten, warum das nicht geht, warum das die Leute ja eh nicht wollen, warum das unmöglich ist und so, da haben wir tausend Geschichten, die halt auch wieder aus unserer eigenen Geschichte kommen, ja, also so, die wir rekapitulieren, unhinterfragt, aber ernsthaft versuchen tun, das sind ein paar ganz klein wenige Firmen, dass sie sagen, nee, wir wollen kein Management, wir wollen keine, die Mitarbeiter in Führer und Geführte unterteilen, in Leute, die die Regeln machen und Leute, die nur arbeiten sollen. Das ist, Entschuldigung, das ist der Hintergrund auch immer noch unseres heutigen dreigliedigen Schulsystems, also wer das nicht klar hat, ja, also die Leute, die aufs Gümmi gehen und die studieren, sind die, die die Regeln machen sollen hinterher und die anderen, die Masse, ja, das sind sie auch heute noch, wie viel Prozent der Leute haben ein abgeschlossenes Studium, wie viel Prozent der Leute haben ein Abitur, ja, ja, da sind wir bei Häuptlingen und Indianer, die Mehrheit sind nach wie vor, haben kein Studium, die Mehrheit der Leute hat nach wie vor kein Abitur, es ist, wie es ist, trotz der Bildungsreformen der 60er, 70er Jahre und der Grund, warum es dieses dreigliedrige Schulsystem gibt, die einen sollen hinterher in den Regeln arbeiten, in den Strukturen arbeiten, die die anderen für sie gemacht haben, ja, die einen sollen denken, die anderen sollen machen, das ist die Idee hinter unserem dreigliedrigen Schulsystem und das ist ein Idiotensystem, ein idiotisches System für alle, also ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Leuten ohne Schulabschluss, mit Leuten, die einen Hauptschulabschluss halten, mit Leuten, die einen Realschulabschluss haben, meine Erfahrung als jemand, der ein abgeschlossenes Studium und ein Gummi hat, ist, die Leute sind saumäßig schlau und wissen tausend Dinge, die ich nicht weiß, das ist meine Erfahrung, während meine Lieben Mitakademiker auf verschiedenste Weise extrem verblödet sind, Entschuldigung, einschließlich meiner Wenigkeit, das ist aber nicht eine Verblödung, wo man jetzt den Einzelnen sagen kann, das ist deine Schuld, individuell, nein, das ist wiederum eine Struktur, du kannst nichts machen, du bist verblödet, weil wir alle verblödet sind, natürlich sind auch Menschen mit Hauptschulabschluss und Realschulabschluss auch verblödet auf ihre Art, aber das ist sozusagen nicht auf der Ebene, die einen sind schlau und die anderen sind dumm oder so, das sind unterschiedliche Stellen im System und jede fucking private Systemstelle bringt Blindheiten für tausend andere Dinge mit, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir Politik und Demokratie haben, weil wir da unsere verschiedenen Perspektiven zusammenlegen und so gemeinsam sehend werden können, also der Ausdruck Wisdom of the Crowd oder so oder Weisheit der vielen oder so ist noch viel zu schwach eigentlich, es geht darum, dass wir als einzelne, individuelle, private Wesen nur tausend Dinge nicht wahrnehmen können und das können wir nie ändern als einzelne, aber kollektiv können wir es ändern, kollektiv kann die Gesellschaft sehend werden, einzeln, jeder für sich bleibt blind, wir bleiben unseren Bubbles, unserer zufälligen Stelle im System, den Zufälligkeiten unserer Geburt und unserer Gewordenheit verhaftet, unserer Bubble und können tausend Dinge nicht richtig einschätzen, weil wir sind, wer wir sind und das können wir auch nicht ändern, niemand kann aus seiner zufälligen Position im System ausbrechen, ja, ich kann es nicht, du kannst es nicht, niemand kann es, aber deswegen zu glauben, die einigen seien schlau und die anderen seien dumm und die einen müssten das Sagen haben und die anderen dürften nicht das Sagen haben, so wie das Platon mal konzipiert hat vor 2000 Jahren, ist eine noch höhere Dummheit, ja, es ist eine Dummheit auf Strukturebene, eine Dummheit auf Politik-Ebene, eine Dummheit auf Kollektiv-Ebene und diese Form von Dummheit können wir uns einfach nicht mehr leisten, ja, die Menschen zu unterteilen in, die machen die Regeln und die anderen müssen dann in den Regeln arbeiten und die meinen es doch gut, ja, die, die die Regeln machen, ja, euer Scheiß, ihr meint es gut, könnt ihr euch mal wirklich in die Haare schmieren, wenn nicht sonst wohin, das hilft uns kein Meta, dass ihr es gut meint, weil nichts dadurch gut wird, dass ihr es gut meint, weil ihr es nicht machen könnt und dass ihr es nicht wahrnehmen könnt, dass ihr es nicht machen könnt, das macht mich wahnsinnig, ja, also diese völlige, dieses völlige, die Augen verschließen vor der eigenen Überforderung, vor der eigenen Kleinheit und Begrenztheit und das Augen verschließen vor der Größe der Dynamiken, die wir gemeinsam als Gesellschaft freisetzen. Die Gesellschaft, die wir gemeinsam bilden in diesen Dimensionen und das geht wirklich schon sehr früh los, auch eine 10-Personen-Firma hat eine irre Komplexität schon, ja, eine Struktur mit 100 Personen ist unglaublich, was da an Komplexität entsteht, wenn 100 Menschen versuchen zusammenzuarbeiten. Wir reden aber hier über Strukturen von Millionen und Milliarden gerade. Wie sollen denn einzelne Personen das fixen? Wie sollen einzelne Personen das überblicken? Wie denn? Ja, da hilft ja auch ein IQ von 200 nicht mehr, da hilft ja auch künstliche Intelligenz nicht mehr, das ist eine Komplexität, die überschreitet alles. Die können wir nur gemeinsam wuppen, indem alle sich beteiligen an der Regelsetzung. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, Kollektivverantwortung ist die offene Flanke der modernen Gesellschaften. Wir kennen nur Individualverantwortung und Kollektivverantwortung wahrzunehmen, bedeutet an den Institutionen zu arbeiten. Also das ist die Form, wie man Kollektivverantwortung wahrnimmt. Also wenn ich frage, was ist denn Kollektivverantwortung? Das kann ja immer nur Verantwortungsdiffusion sein und so weiter. Nein, es geht um die Gesetze, um die Regeln, um die Prozesse. Wie sollen die aussehen? Welche Prozesse helfen uns, welche nicht? Welche Gesetze, mit welchen Gesetzen helfen wir uns selber, mit welchen nicht? Wie müssen die aussehen? Da geht es nicht um Gesetze mehr oder weniger oder ja oder nein. Da geht es um die Form der Gesetze, um Qualität. Und das muss beständig angepasst werden, weil die Gesellschaft verändert sich auch die ganze Zeit. Neue Techniken entstehen, die Natur verändert sich, die Dynamik, die wir freisetzen, hat eine Eigendynamik, einen eigenen Prozess. Das bedeutet, die Gesellschaft muss reagieren. Unsere Gesellschaft reagiert nicht. Warum? Weil sie in Stasis gefangen ist. In so einem, die Menschheit teilt sich auf in Blöcke und bekämpft sich dann. Ja, und das gibt eine Blockadesituation, in der wir eben nicht fähig sind, Gesetze anzupassen. Deswegen hat man die Politik mal bei den alten Griechen eben genau nicht so konzipiert. Weil man gelernt hat, dass wenn die Menschheit sich aufspaltet in Lager und Parteien, die sich bekriegen, dann kommen wir gemeinsam nicht weiter, sondern landen in dem, was eben Stasis bedeutet neben Bürgerkrieg. Blockade, Stillstand. Ja? Du hast Lager, die sich bekämpfen, und das Resultat ist Stillstand. Diesen Stillstand können wir uns nicht leisten. Wir brauchen beständige Reformen, wir brauchen beständige Anpassungen, wir brauchen mit einem Wort Politik und Demokratie und wir haben sie nicht. Das ist das Wichtige, was wir begreifen müssen. Wir haben noch keine Politik, wir haben noch keine Demokratie. Politik und Demokratie wären, wenn sich alle beständig an der Regelsetzung beteiligen, an der Regelanpassung beteiligen. Ein Prozess, in dem wir an den Prozessen arbeiten, das wäre Politik. Den haben wir nicht. Wir sind eine vollkommen privatistische, vollkommen unpolitische Gesellschaft und deswegen haben wir so große Probleme. Und deswegen geht es uns so kacke miteinander. Deswegen geht es uns so kacke mit der Gesellschaft, deswegen geht es uns so kacke mit der Welt. Die einzige Art, wie wir es fixen können, ist uns zu politisieren. Und da fragt die Moderne eine große Scheu. Viele Menschen sollen bei Politik mitmachen. Kann nicht gut gehen. Ja, dann machen wir halt weiter mit Privatismus. Privatismus ist das, was die Resultate liefert, die wir momentan erleben und erleiden. Und die einzige Art, wie man Privatismus rechtfertigen kann, ist, indem man halt sagt, mir geht es doch ganz gut, uns geht es doch ganz gut. Das versuchen viele. Sagen, uns geht es doch gut, anderen geht es doch noch viel schlechter. Das ist die Form, in der es versucht wird. Ja, könnt ihr gerne machen. Ich kann nur sagen, mir geht es absolut beschissen. Wirklich absolut. Ja. Also, so. Wenn ihr findet, dass es euch gut geht, schön für euch, ja, ich nehme was anderes an euch wahr. Also, die Menschen, die mir begegnen, die meisten geht es noch schlechter als mir. Und ich finde, mir geht es schon beschissen. Ja. Ich sehe lauter Menschen, die sich selber in die Tasche lügen und sich was vormachen. Aber wie gesagt, so. Bei mir ist es nicht so, ich sehe tote Menschen, sondern ich sehe verrückte Menschen. Überall, wohin ich gehe, sehe ich komplett Menschen, die so blinde Flecken machen und so therapiebedürftig sind, da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Und das sind oft Menschen, die kommen noch nicht mal in die Nähe des Gedankens, dass sie vielleicht eine Therapie brauchen könnten. Ja. Sondern sie funktionieren. Sie funktionieren, ja. Mensch, ich sehe funktionierende pathologische Menschen, die in ihrem Funktionieren hochpathologisch sind. Und das überall, wo ich nicht gehe. Die finde ich in allen Familien. Die finde ich in allen Firmen. Tja. Und ja, wie auch immer. Ist ja nur meine Sichtweise. Mehr ist es ja nicht. Mein Erleben, mein persönliches, wie ich mir die Welt zusammenreime, wie ich sie versuche, mit meinen komischen Worten zu beschreiben, was mir begegnet. Mir da doch ein Stück weit Luft zu verschaffen, zu dem, was ich im Alltag aber erlebe. Und was hochleidhaft ist. Und das nicht nur bei mir. Sorry. Ja. Allein, wenn man sich den Krankenstand anschaut mittlerweile. Diese Gesellschaft ist krank. Und man kann die Art der Krankheit benennen. Krankheit lautet Politikmangel. Mangel an gemeinsamer Wahrnehmung der Kollektivverantwortung, die wir einfach haben. Ob wir sie haben wollen oder nicht. Ob wir sie anerkennen oder nicht. Ob wir sie überhaupt wahrnehmen oder nicht. Dass es sie gibt. Sie existiert sozusagen objektiv. Es gibt einen objektiven Kollektivverantwortungsbedarf. Es gibt einen objektiven Politikbedarf. Es gibt einen objektiven Bedarf der gemeinsamen Arbeit an den Institutionen, an den Formeln, an den Regeln, an den Verfahren, an den Prozessen. Diesen Bedarf gibt es. Und er kann nur von uns gemeinsam wahrgenommen werden. Nicht von Einzelnen von uns. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit versuchen. Vorstände, Aufsichtsräter und Geschäftsführer, die die Strukturen verantworten. Die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Weil sie die auch gar nicht haben können. Sie sind so weit weg von den Menschen, für die sie die Strukturen schaffen und können auch nur so weit weg von ihnen sein, dass das nur schief gehen kann. Das Gleiche haben wir in den noch viel größeren Größenordnungen von Politik und Gesellschaft. Berufspolitikerinnen können nur scheitern, wenn sie es versuchen. Sie versuchen es. Sie sind tapfer. Sie sind heroisch. Sie sind Helden. Sie sind Märtyrer. Nur ist all das eben scheiße. Das ist nichts Gutes. Helden- und Märtyrertum genießt in unserer Gesellschaft einen irre guten Ruf. Und das ist das, was unsere Gesellschaft so irre sein lässt. Eine Gesellschaft, die Heldentum und Märtyrertum, die Selbstaufopferung für eine positive, persönliche Haltung, Eigenschaft, Lebensform hält, ist vollkommen verrückt, vollkommen durchgeknallt, vollkommen pathologisch. Es bedeutet nämlich eine Gesellschaft, die selbstschädigendes Verhalten idealisiert und das für vorbildhaft erklärt, wenn Menschen selbstschädigendes Verhalten haben. Zum Beispiel, Menschen machen keine Pausen. Menschen haben tausend To-Dos, wo sie keiner Sache gerecht werden können, aber dass sie es versuchen, ist vorbildlich. Und alles fällt runter. Und dann natürlich, weil man das nicht sich eingestehen kann, dass alles runterfällt, muss man sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig, funktioniert ja irgendwie eigentlich. Oder auch sehr beliebt. Man erzählt sich die Geschichte, wenn diese Krise überstanden ist, dann wird es gut. Aber das erzählt man die ganze Zeit und die Krisen wechseln. Dann ist es diese Krise, mal ist es diese Krise. Aber nach dieser Krise kommt die Normalität. Ja, aber sie kommt nie. Sondern nach der Krise ist vor der Krise. Und die Arten der Krisen, die halt gerade im Vordergrund stehen, des Bewusstseins, die, die wechseln. Ja, das sind so Formen eine pathologische Form, wo man nur sagen kann, also mit Abstand, wenn man nicht drinstecken würde, kann man das nur belächeln. Kann man sagen, oh mein Gott, was ist denn das? Wenn ich das als Theaterstück sehen würde, würde ich sagen, wahrscheinlich spielt es in irgendeiner Irrenanstalt. Ja, so. Lauter Leute, die völlig verrückte Dinge tun und völlig verrückte Dinge sagen, die also wirklich offensichtlich durchgeknallt sind, aber die das vor sich selber verbergen. Und wo es auch ein Kollektivphänomen ist, wo man sagt so, da es alle machen, fällt es nicht auf, dass alle verrückt sind. Ja, so. Das ist meine Wahrnehmung. Ja, okay. Machen wir halt weiter so. Machen wir weiter so mit unserem Privatismus. Jeder ein Held, jeder gibt sein Bestes und geht dabei drauf. Wird krank, wird verrückt, tut anderen Menschen Gewalt an, aber verschleiert das vor sich selber, wie gewalthaft, wie gewalttätig sein, reden, denken, handeln ist. Ja, okay. Empathie wird man zum Beispiel in so einer Gesellschaft vergeblich suchen. Also es geht so weit, dass die meisten Leute, auch die, die von Empathie reden, keine Ahnung haben, was Empathie überhaupt noch ist. Müssen sie nicht mehr. Weil Empathie, meiner Meinung nach, ist das eine der ersten Dinge, die in solchen Strukturen abgeschaltet werden bei Menschen. Das ist einfach, das kriegst du nicht mehr hin. Empathie lebt davon, dass die Seele so ein bisschen Luft, ein bisschen Atem hat, ein bisschen Raum hat, dass sie schwingen kann. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Dass sie nicht beständig über dem Anschlag ist. Menschen, die also beständig über dem Anschlag sind, die im Modus des Heroentums, des Heroischen sind, des Märtyrertums sind, sind nicht mehr empathisch. Wiederhin, sie sind ja auch mit sich selber nicht empathisch. Menschen, die beständig mit sich nicht empathisch sind, können natürlich auch nicht mit anderen Menschen empathisch sein. Was erwarten wir? Und in vielen Strukturen, also wenn es darum geht, ich bin einer dieser Heroen, die dann die Strukturen machen, also ich bin dann eine Führungskraft, ich bin ein Manager, ich bin ein CEO, ein Geschäftsführer, ein Aufsichtsrat, ein Vorstand, ein irgendwas, kommen dahin über diesen Modus der Selbstausbeutung. Das heißt, sie tun so wildlich gesprochen, sie rammen sich selber die ganze Zeit das Messer rein, sagen aber, mir geht es noch gut, mir geht es noch mit, gut, mir geht es noch gut und hinterher, wenn andere Leute kommen und sagen, ich habe da und da Schmerzen, dann ist eigentlich, wenn sie ehrlich werden, müssen sagen, hör mal zu, das was du da hast, ist ja nichts, ich habe ja viel größere Schmerzen und von dir kann ich ja wohl erwarten, dass du dir ein bisschen das Messer reinrammst. Deswegen bagatellisieren Manager auch die ganze Zeit die Probleme ihrer Mitarbeiter, weil sie sich selber Schlimmeres antun. Ja, okay. So kriegt man kranke Gesellschaften, die kollektiv krank sind. Raus geht es nur in Richtung Politik. Das ist die Ausfahrt. Die Ausfahrt aus dem Kranken. Eine Gesellschaft, die beständig an Strukturen arbeitet, damit die Strukturen nicht den Tatbestand der Selbstschädigung erfüllen. Wo alle die ganze Zeit sich selber kaputt machen, damit es funktioniert, damit sie funktionieren. Damit sie keine Vorwürfe bekommen. Weil sie nicht alles geben oder weil sie nicht so viel geben, wie ihr verrückter Nebenmann, der sich das Messer reinrammt. Ja, das Vorbild. Ja, der, der sich das Messer reinrammt, das ist unser Vorbild. Ja, also kann man nur fragen, geht's noch? Ja. Leute, die sich selber die ganze Zeit in die Fresse hauen, ihrer kleinen Seele in die Fresse hauen, das sind unsere Vorbilder. Die Leute, die Ehrgeizigen, denen wir nachahmen sollen, die tragenden Säulen der Gesellschaft vermeintlich. Nein. Diese Leute sind das Problem. Aber im Grunde sind eben nicht diese Leute das Problem, sondern die Strukturen sind das Problem. Ja. Strukturen, die diesen Menschen die ganze Verantwortung für das Gemeinsame aufbürden. Statt allen. Ja. Und also, wenn wir gemeinsam das tragen, dann muss niemand in den Modus des Heroischen gehen. Dann ist halt so, wir machen halt unsere Hausaufgaben. Und zwar relativ unaufgeregt, relativ undramatisch, sondern halt relativ nüchtern. Schaut sich an, passt das noch, geht das noch, welches Problem entsteht. Das ist ein Modus, der ist relativ besonnen, relativ ruhig eigentlich, fast schon langweilig. Politik, wenn sie funktioniert, ist langweilig. Nicht aufregend, nicht dramatisch. Nicht so Leute, die sich ans Rednerpult stellen, sich gegenseitig mit Mist bewerfen. Das ist das Gegenteil von Politik. Ja. Das ist der Modus des Privaten. Ja. Leute, die um Anhänger buhlen. Ich habe Ideen, folgt mir nach. Ja, okay. Ja, das ist das, was wir tun. Und es funktioniert nicht. Wie wir am eigenen Leib spüren, beständig, wenn wir noch was spüren. Wenn wir noch fühlen. Wenn wir noch überhaupt wahrnehmen können. Wenn wir überhaupt noch Reste von Eigenempathie haben. Dann nehmen wir wahr, dass es uns Kacke geht. Dann nehmen wir auch wahr, dass es unserem Nebenmann und unserer Nebenfrau Kacke geht. halt in einer anderen Geschmacksrichtung. Aber Kacke geht es uns allen in dieser Struktur. Ja. Weil wir vollkommen private Gesellschaften bilden. Lange Rede, kurzer Sinn. So. Damit mache ich einen Schluss mit diesem Rant oder was auch immer das ist. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, was das hier ist. Es ist selber verrückter Quark. Ja. Kann auch nur aus einem verrückten, dem Hirn eines verrückten, leidenden Menschleins entsprungen. Ist aber auf eine merkwürdige Weise optimistisch und hoffnungsfroh, weil trotzdem die Botschaft, meine Botschaft zumindest, ist, wir können was machen. Es gibt was, was wir Menschlein machen können, trotz all unserer Begrenztheit. Aber das, was wir eben machen können, liegt auf einer kollektiven Ebene. Auf der Ebene von Wir-Wirksamkeit, wie man das nennen könnte. Es gibt neben der Ich-Wirksamkeit, gibt es auch die Wir-Wirksamkeit. Es gibt also eben zwei Formen von Selbstwirksamkeit. Nicht nur eine. Unsere Gesellschaft kennt aber nur eine. Den Modus der Ich-Wirksamkeit, den Modus der individuellen Eigenverantwortung. Die kollektive Eigenverantwortung, die politische Verantwortung, die Wir-Verantwortung, kennt unsere Gesellschaft nicht, weil sie sie nie operationalisiert hat. Es geht nicht um schöne Sonntagsreden, es geht um Institutionen, die uns diese Verantwortung auch haben lassen. Es geht wie immer um Institutionen, es geht um ganz konkrete, handfeste Dinge. Geloste Bürgerräte wären ein guter Anfang. Geloste Bürgerversammlungen. Und dann diesen gelosten Versammlungen halt reale Macht zu übertragen. Also die Fähigkeit, Gesellschaft auch wirklich gestalten zu können, anstatt nur Empfehlungen zu geben, die dann wieder in irgendwelchen Schubladen verschwinden. Aber gut. Wie gesagt, mein persönlicher Vorschlag, meine persönliche Weltsicht, nicht mehr und nicht weniger. Ceterum Censio, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, dass die Demokratie gelost werden muss. Isoliamus. Vielen Dank.